Und Ihre Kinder wollen Sie wohl schmuggeln? Kinder? Wieso Kinder? Und für wen sind die? Na, für uns natürlich. Für so eine extra Portion Milch ist man doch nie zu alt. Ja, Kinderriegel ist aus zarter, bekömmlicher Schokolade mit dem besten aus besonders viel Milch. Mh, zart und milchig. Da kommt man ja richtig in Schwärmen. Ja, sehen Sie, wo Kinderriegel sind, müssen noch lange keine Kinder sein. Noch nicht. Kinderriegel, der Schokoriegel für die extra Portion Milch. Kinderriegel, der Schokoriegel.